und damit herzlich willkommen zu einer weiteren multiplayer ausgabe mit dem moorbaum und im feuer bläht hallo 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 so die aufteilung wird wie folgt sein feuer bläht ist ziemlich neu dabei und ich nur will ich nur sorry ich bin nur hallo mein name sei noah nee quatsch da ich im moorbaum schon sehr lange dabei sind und feuer bläht das noch nicht so relativ meine modifikation spezifisch kann haben wir ihn auf jeden fall ein bisschen unter die arme gegriffen und er nimmt auf jeden fall aber wir nehmen halt schwerlastig feuerwehr feuerwehr und rd und polizei auch so die aufteilung war wie folgt ich nehmen polizei 2 und das komplett oder komplett einmal der reihe nach so ich bin so frei und nehme noch die ff6 wenn das in ordnung ist keine anwender also mache ich so kommt das hier so was 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 fehlt jetzt nach ff5 nimmt der tna mache ich gleich ich brauche was weiter ganz dringend ich habe mir die sechs genommen geschickt und man schickt aber kurz rettungsdienste so rd 1 macht wer meine so weiter direkt so eine konstellation hatten wir noch nie so eine aufteilung nicht so rd 3 nimmst du noch gelmau raum nur ach nur so weiter braucht keiner mehr wir haben feuerwehr technisch anders und polizei auch rettungsdienst rd 3 fehlt noch ja die nimmt doch ja das habe ich doch schon gegeben dann geht auf die 1 so weiter brauche ich nicht mehr das wird fordernd ja für mich schon polizei technisch so jetzt wenn ich übel aber ich bin hier gerade ein bisschen überfordert auch weil ich gerade alles so bereitstellen muss dass es funktioniert so hier habe ich alles gemacht dass dafür noch die die mark mein gott ich würde gerne zwei rtws von außerhalb am besten von der firma wo jetzt war ich habe abgehackt ja das würde ich nicht fragen rtw 5 von außerhalb zwei stück ich glaube einmal gemacht soweit ich mich dran erinnert ich glaube einmal soweit ich mich dran erinnert erinnern kann ein adipiöser patient also itw oh na hier ja rote ja wie oft hast du die jetzt alarmiert wer nix weil mir läuft das gerade doppelt und dreifach oben durch ich bin schon sehr fordernd gerade wenn man anfangen auf dem weg so das haben wir das haben wir das haben wir einmal mohrbaum unten fünf rtw ja ja ich hab schon 5 rtw 1 das passt das passt das passt und der zweite ist auch da führer wohnung unterwegs ja warte führer was gibt's rtw 2 kann kannst du nach hause schicken ja alles klar ja auf dem weg ist denn arbeit schicken fahrt Notarztpflichtig, oh ja klar. Wird umgehend durchgeführt. So, das wird gemacht, sehr schön. So. Das hört sich nach dem BF-RTW an. Ja, ich brauch'n N-N-A, aber... Ja, der kommt von der 1. Wo? Achso, von da oben. Ähm, Moorbomb, alarmier mir mal bitte, nee. Keine Leid, Schiller. Ja, genau. Alarmier mal bitte, Fireblade, den KTW von außerhalb, zur Rettungswache 1. Ja. Das läuft bei mir, der hat den 3KTW 1 Salameter, das läuft jetzt vier, viermal bei mir oben durch. Ja, das ist komisch. Ja, aber ich hab' auch nur einmal gemacht. Nicht, dass das Spiel dadurch noch abstürzt. So, das passt alles, das passt alles. Der da noch. Nein, ich brauch' ganz knapp'n N-A, Nano. So. Der da rollt schon. Jo. Nice. Fisch warst du nicht. Mhm. Den darfst du direkt in den Rettungsantrag. Ich denke, das wird auch ne Türöffnung, deswegen schick' ich gleich mal die FF mit. Vierer. Das Alarmier ich wieder unser Problemfahrzeug. Geht aber. Ja. Setzst du DNA noch ins RTW? Jo. Sip hin schien. Let's, let's. Hört sich gut an. Let's fetz. Okay. So, dann gucken wir mal, ob das ne Türöffnung braucht oder nicht. Also, wie ihr gesehen habt, ich muss komplett die Polizei machen. Also, nicht ich muss, sondern ich will's auch. Und ich hab' halt auch da unten noch ne Rettungswache. Dann hab' ich hier noch ne Rettungswache. Also bei der BF. Und ja. Die Bepo hab' ich auch noch. Ja. Also, kann interessant werden. Kann interessant werden. Bleibt dabei auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefällt, gerne ein Abo und einen Daumen da lassen. Auch mal gerne kommentieren, wenn ihr irgendwie Kritik habt. Konstruktive natürlich nur. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Danke. Kein Problem. Und jetzt, jetzt lautet's wieder ab. Ich hab' kein RTW. Wo ist das denn? Dann guck' ich doch mal. Warte, ich hab' noch meinen Klaff hier irgendwo rum, Allian. Ich hab' zwei KDWs, einen Ellen. Ich glaub' die KDWs gehören mir, Digi. Mal gucken. Jo, tatsächlich. Die gehören, die sind bei der Pult 2 immer dabei. Warum auch immer. Rettungsheli auch. Warum auch immer. Ja, weil's so ist. Richtig. Hat ewig gedauert, bis man das mal gecheckt hat. Schick mal die RT3, äh, hier oben hin. Jo. Äh, da kann ich dir jetzt schon sagen, das ist Türöffnung mit Axt. Bin mal am Klaff da. Oh, du hast recht. Hm, ist immer das Gebäude. Na ja, unten gibt's auch eins, hier unten, das glaub' ich ist auch mit Axt. Ja, das ist mit Axt. Ja, das auch, glaub' ich. Drei. So. Zack. Wie sieht ein Wald aus? Hallo? NEF brauchst du nicht mitschicken. Zu spät. Fireblade. Hier. Wald. Wald. Betten. Jo, ich guck. Selbstständig, würde ich sagen. Okay, mal gucken. Wald haben wir. Und? Da rattelt so viel durch. Incident. Wieder in Desi, dieser RTW, ne? Jaja, schlimm, dieses Teil. Mach' ich. Hab' mir jetzt genug Polizei da. So, Waldkrankenhaus Intensiv 4 und Normal 13. Okay. Passt. Ist da noch was offen? Ja. Der kommt nicht weit. Ja? Auf dem Weg. Roger. Bin unterwegs. Am Anfang hab' ich Polizei immer gehasst, aber mittlerweile mag' ich sie. Ich mag Pol überhaupt nicht. Kann ich mich, ich mag' ich gar nicht. Gut, die Pol kann wieder abrücken bei der, bei dem vorigen. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Vom Dailymax. Mhm. Drei RTW 1-1-3-5. Und NEF ist auch gerade schon am Rollen. Du hast sie, ne? Jo, das NEF ist... Das NEF ist... Das NEF ist... Schick's da hin. Das NEF. Ja... Gucken wir mal. Ja? Auf dem Weg. Zack. Was gibt's da rüber? Vielleicht werde ich bei der Mannheim das auch so einfügen, dass man mit der Polizei first respawnen kann. Auf dem Weg. Der Pol. Mhm. Was gibt's? Passt irgendwie nicht, find ich. Das unterste, wo die Fahrräder davor stehen. Mein Feuerwehrmann steht auch davor. Das unterste, wo die vorstehen. Bei beiden Fahrräder links davor. Nein, wo mein Feuerwehrmann davor steht. Der konnte... Aber im Innenhof ist die Tür. Ah. Hier. Notarzt. Mhm. Der ist nicht, oder? Der ist in dem Gebäude noch ein Stück weiter. Der ist nicht im Kino. So. Mal noch ein RTW frei. Schick den raus. Auf den anderen 3er. Ja, 3RTW 2, Schnell. Gute Idee. See First responder Soll ich fahren? The patient Ich first responder auf jeden Fall mal Soll ich hinfahren? Ja, das ist meine Frage Christoph Christoph? Ist es NA? Definitiv Schlaganfall Dann wollen wir mal Äh Ja Ja, alles klar Oh, jetzt wird 1-1 Schickt ihn hinten, wo die Abschreiber sind, oder? Ja, ja Dazwischen, irgendwo Ja, ist heute außerhalb schon Ja, ja Brauch auf jeden Fall in NA Also ich würd sagen, wir lassen das jetzt mal so Ich mach keinen Einsatzboost rein Nee, lass machen Ah, nee Lass machen Gut, also du kannst den Dings wieder rausnehmen Den Feuerwehrle aus dem Haus hier oben In der Mitte Geht Ich schaufe Ich schaufe Und Ich schaue Ich schaufe Schaufe Es ist Ja, das ist das unter der Erde. Das ist das unsichtbare da. Ich krieg das nicht raus, ne? Ich krieg soms Verrecken nicht raus, dieses Feuer. Komm Klaas, mach mal hier schneller. Wo haben wir das Feuer? Da brennt doch gar nichts. Doch, das brennt unter der Erde. Also das sieht man nicht, das ist das Problem. Okay. Wenn irgendwas braucht, sag Bescheid. Ja. Ja. Was hab je... Nö. 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 Guck, siehst du wo das Telefon löscht? Fireblade. Nö. Ich lass mal kurz den Dings losfahren. Nö. Ja. Nö. 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 Guck, es steht mit Absicht da. Nö. Nö. Brennt denn da alles, hör mal. Ahah. Abgeschlossen. tanken ist das tlf 4000 angegeben hat aber ein tank mit 5000 littern oder habe es gesagt feuer plate lasst es mal so ich möchte davon screenshot machen mit deinen rettungskräften daten jetzt im industriegebiet sind außer ich finde vielleicht noch ein schöneres foto nach minuten ja man mal so vielleicht später hast du noch eins ja denke ich auch jetzt ist gerade wieder ruhig gut nach mist blöde maus war im weg fertig ja a sind schöne fotos dabei auf jeden fall ja machen also wie ihr wollt einsatz buchseuer kein da kommt bestimmt raus 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 ok vorhin also in der letzten aufnahme ist es ja auch nicht eskaliert mal so mal so ne mach ich sagt wenn irgendwas braucht auch nichts so jetzt interessiert mich mal wo diese gas kann ist der steht hinter diesem radlader der neuer jaja das ding hat so ne wucht anscheinend schon voll übertrieben vor allem dieser dieser kleine laden da bei dem ist diese tür grundsätzlich zu du musst sie immer öffnen kann ich eigentlich auch immer auf rauchendor machen ja so links neben der bank das ist so ein magazinladen zeitungsgeschäft oder sowas ist immer zu wenn man da rein will aber gut zu wissen das war eine gasversicherung ja dieses pressluft vom hahn von von nef alter so geil schick mal pol diesmal nicht vergessen die punkte anzuschmeißen wie kann es sein kate ist direkt da drin oder was oh scheiße ja ist er wir hatten ja zu langsam schneller machen wir denk dran du musst Atemschuss ausrüsten sonst käme deine Feuerwehrleute oben drück 1 drück 1 auf dem weg ja jup instant verletzt ja polizei ist schon mal vor wort ein bisschen es ist nicht wie in eben 5 dass die Feuerwehrleute unsterblich sind ok ich tue mal keine ahnung Rettungshelie alarmieren magst du auf die rückseite fahren mit der 4 eventuell wenn sie dann wieder rauskommt du meinst von dem Waldstück was da hinten ist das Waldstück hinten aus die Schläuche legen ja kann ich mal posieren so Leute wie sieht es aus braucht ihr was von der 1 äh save ja oder nicht nein erstmal aufbauen und gucken was hier so erstmal hier TLF jetzt hat 4 Uhr fährt wieder raus so ach ich hab hier direkt n Hydron ja ich schick mal KT hin aber erst wenn das Feuer raus sitzt ne ich geh da nicht hin schmeiß ich meine TL mit an ne was hast du jetzt gemeint mit Blaulicht vom Scania äh nix mit ich irgendwas mit Blaulicht vorne vorne du hast gemeint die Dings die Blaulichtbalken gehen nicht irgendwie ah ne du hast was anderes gemeint ne du hast die Hecklichter gemeint ja 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 die oberen weil ich meine das ich meine nur unten welche gesehen zu haben und das oben am Aufbau keine sind ne ne die zeig ich keinen Hydranten mehr ich hab die auch mit Polygon bearbeitet doch doch drinnen gibt es einen direkt hinter deinem Feuerwehrmann Richtung Wald genau oder Waldstück da ist einer ja ich hab die Hydranten suchen lassen ja hier neben dem LKW da bei dem schwarzen LKW ist einer vor dem Haus gucken wir mal das kleine Ding da das Runde sie macht Festival Ausstädter drauf und sie auch mit dem suchen und sie auch mit dem suchen geht es in den Mod nicht mehr das ja doch der soll mal nach Hydranten suchen der Gruppenführer da direkt an der Hausecke wo jetzt der Gruppenführer läuft da ist einer er hat es für mich gesichtet so jetzt brennt nur noch ein Busch höre sind ein paar Sonnen drin? was meint ihr? ne nur meine KT-Persona ich lass den KT-Persona dazu bin ich jetzt die KT-Persona hier ja das ist irgendwie komm nirgst mir die FF4s ausmachen das ist irgendwie klischeehaft oder wenn die Vierer mal fertig ist ey ist die BF schon fertig also komplett mit dem Feuer aus ne das liegt an mir das liegt nicht an der FF ne ne einfach so wir haben klischeehaft immer die Vierer mach, schmeiß die Pumpe an und lösch Pumpe anschmeißen einfach kann man ausfüllen ja richtig so KT ist auch gleich abgeschlossen einer steht noch unten ja ich muss grad gucken wo die Knopf wo ich den Knopf bin du musst einfach nur mit einem aufs Fahrzeug klicken dann geht das schon selber genau so geht das jetzt ich verstehe was das ist für die FF4 nicht sonst noch ein kleines Feuerchen auf dem Weg würd ich sagen genau ne ich bin tatsächlich den Nachfolger von gewohnt in Emergency 5 für die die es nicht wissen und da ist die Logiken sehr vereinfacht äh und automatisierter aber ich finde trotzdem dass Emergency 4 von der Grafik immer noch besser ist als die 5 war 5 sieht halt sieht halt besser aus finde ich und die verformen uns das halt besser aber ich finde was du oder was Leute schafften aus EM4 rauszuholen ich meine Gentechnik äh und so weiter ist schon echt ordentlich ja auf jeden Fall so wie es in der nächsten Folge weiter geht seht ihr in der nächsten Folge lasst gerne ein Abo da und einen Daumen und ich habe gerade totaler Bullshit gelabert und aktiviert die Glocke bis gleich oder bis bis zur nächsten Folge besser gesagt tschau wie kann ich den Hydranten ab bis Untertitelung des ZDF, 2020